Hallo Youtube Willkommen bei meinem ersten jetzt Play Ich habe mir gedacht Ich spiele damals Traumcult Platziert euren Kornspeicher Sire Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt Ja, muss ich sagen Ich bin eigentlich so ein Nicht so ein großer Redner Oh ja Während wir schon was zum Reden finden Würde ich mal sagen Sieht über auf die Missionsthile Missionsthile Fleisch und Holz Das bauen wir mal hier hin Ein paar Holzhütten Ich höre Fleisch Wir benötigen Holz Tempolisiervoll Schauen wir mal Schauen wir mal Ja Youtube Oder besser gesagt Wenn jemals wer dieses Video ansehen wird Eine Botschaft von eurem Informanten Man hat Spuren von Tieren In der Umgebung ausgemacht Sire Ja Wenn jemals einer dieses Video ansehen wird Wir haben beinahe keine Nahrung mehr Sire Ihr könnt ja reinschreiben oder sagen Was sie eigentlich wollt Also Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp Sire Welche Spiele Keine Veränderung in der Schatzkammer my Lord Oder ihr Action Shooter Also Battlef3 Wir haben beinahe keine Nahrung mehr Sire Was sie wollt Das könnt ihr alles reinschreiben Ich werde dann was aussuchen Was wollt's Ah der rennt auch im Glas Ich weiß auch nicht wohin Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp Sire Aber vom Spiel her Das ist Stronghold 1 Und Crusader sind einfach die besten Strategie Wir haben beinahe keine Nahrung mehr Sire Find ich halt Könnt ja kommentieren Hier brauchen wir nicht viel machen weil Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp Sire Nicht wirklich Viele Gegner kommen Sagen wir mal bis zu gar nichts kommt Ich hab mir hier überlegt Ich werd da immer nur Ein Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp Sire Weil Ich hab Battlefield 3 hochgeladen Also ein Stückchen Wir haben beinahe keine Nahrung mehr Sire Den Volt könnt ihr euch das auch anschauen Da werde ich Also da rede ich fast gar nichts Aber Das waren 16 GB Mit F Also auf Raps Und da lade ich 136 Minuten hoch Also es ist gewaltig Eine Botschaft von eurem Informanten Naja gut Wie gesagt wenn sie was Diese Politik der Nullsteuer hätten wir als letztes erwartet Also Irgendwelche Spieler Dann müssten wir es halt sagen Wir sind siegreich Sire Okay Was war's Ich wünsche euch noch einen schönen Ich wünsche euch noch einen